Massentierhaltung als Ursache In Deutschland sollen Mainzer Forschern zufolge deutlich mehr Menschen an den Folgen von Feinstaubsterben als bislang angenommen. Als eine der Hauptverurteilungen her wird die Landwirtschaft genannt. Laut einer Untersuchung des Max-Plenk-Instituts, MPI, für Chemie kommen hier zu Lande rund 120.000 Menschen pro Jahr wegen Feinstaub vorzeitig ums Leben, wie das ARD-WDR-Magazin-Monitor berichtet. Die Zahl ist fast doppelt so hoch wie Angaben der Europäischen Umweltagentur aus dem Jahr 2017. Die Experten waren von 66.000 vorzeitigen Todesfällen in Deutschland ausgegangen. Die Mainzer Studie ist noch nicht als begutachteter Artikel in einem Fachjournal erschienen. Das MPI wollte auf Anfrage weder Einblicke in die Studie geben, noch Fragen dazu beantworten. Das macht eine Einschätzung der Untersuchung schwierig. Auch das Umweltbundesamt in Dessau wollte sich nicht dazu äußern, weil die Studie noch nicht im Detail bekannt sei. Die neue Untersuchung aus Mainz basiert nach Monitorangaben auf Daten von 40 internationalen Studien aus 16 Ländern. Die Landwirtschaft sei demnach für rund 45 Prozent der Feinstaubbelastung verantwortlich. Insbesondere die Massentierhaltung trage dazu bei. Ammoniak-Ausgasungen verbinden sich dem Bericht zufolge in der Atmosphäre mit anderen Gasen und werden zu Feinstaub. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, sagte auf der Grünen Woche in Berlin, Feinstaub hat es in der Landwirtschaft immer schon gegeben, den wird es auch zukünftig geben. Die Studie müssen noch bewertet werden. Was ich aber wirklich kritisiere, das sind die Rückschlüsse, die gezogen werden. Die dort enthaltene Todesfallstatistik halte er für hochgradig unseriös und für ein Stück weit unmoralisch. Nach Einschätzung des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Bund, liefert die Studie in des weitere gute Gründe für den überfälligen Umbau der Tierhaltung. Wichtiger Hinweis, die Informationen ersetzen auf keinen Fall eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und anerkannte Ärzte. Die Inhalte von t-online.de können und dürfen nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team E-I-J-R E-E-U-R Vielen Dank.